Hallo ihr Menschen, mein Name ist Dr. Rainer Limpinsel und ich rede über Diabetes. In der heutigen Folge dreht sich alles um Diabetes Typ 2. Immer wenn ich hier das Wort Diabetes benutze, meine ich damit automatisch Diabetes Typ 2. Ich möchte euch heute alles Wissenswerte zum Thema Obst und Früchte erzählen. Es ist ja so, dass in der Gesellschaft Obst und Früchte generell als ein rundherum gesundes Lebensmittel gelten. Das ist leider nicht korrekt, schon nicht korrekt für den gesunden Menschen, aber erst recht nicht korrekt für den Diabetiker, den Menschen mit Diabetes. Denn Früchte enthalten durchaus Vitamine, dafür sind sie ja berühmt, man muss ja viel Früchte essen, um die Vitamine zu kriegen. Aber Früchte enthalten immer auch Zucker. Ja, das ist kein extra zugesetzter Zucker, also kein weißer Haushaltszucker, der in den Apfel reingekippt wird, sondern das ist natürlicher Zucker, der von der Natur in den Früchten steckt. Das beinhaltet auf der anderen Seite allerdings auch die Aussage, dass Früchte durchaus von der Natur vorgesehen sind als Süßigkeiten für uns Menschen. Also da spricht jetzt nun wirklich nichts dagegen, weder für einen gesunden Menschen noch für einen Menschen mit Diabetes, dass der ab und an mal Obst und Früchte isst. Aber für Diabetiker, für DiabetikerInnen ist es ganz extrem wichtig, dass ihr wisst, welche Obstsorten euch gut tun und vor allen Dingen, welche Zubereitung des Obstes euch gut tut. Gut, kurz ein Wort zu diesen Vitaminen in Früchten. In der guten alten Zeit, sagen wir mal so 1650, keine Ahnung, irgendwann so um den Dreh rum, da wussten die Menschen das noch nicht so genau. Und damals sind ja die ersten Expeditionen mit ihren Schiffen losgefahren, die ganze Welt zu erkunden. Und dann sind die losgefahren in, weiß ich nicht, Spanien, Holland, Amsterdam, Portugal, keine Ahnung. Irgendwie sind die losgefahren und dann so nach zwei, drei Monaten auf See wurden die Leute massenweise krank an Bord. Denen sind die Zähne ausgefallen, die hatten verfaulte, keine Ahnung, was da alles abfaulte an deren Körpern. Und man tappte so ein bisschen im Dunkeln und wusste nicht so richtig, was da los war. Und dann kam irgendein schlauer Mensch auf die Idee, hm, das kann daran liegen, weil die nur irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die das damals geregelt haben, was hatten die Konserven, konnten die auch noch nicht haben. Also auf jeden Fall hatten die keinen, die hatten nicht genug frisches Essen an Bord. Und dann die ersten, die es wirklich geschafft haben, mal so richtig um die Welt zu fahren, die hatten nämlich den ganzen Schiffsbauch voll mit Zitronen. Und spätestens seit da hatten Zitrusfrüchte, Zitronen, den Rufig irgendwie ganz wichtig fürs Leben zu sein. Das hat sich bis heute gehalten. Das Vitamin C ist natürlich ganz wichtig fürs Leben, klar. Und das Vitamin C aber nur, nur in Früchten drinsteckt, um genau zu sein, nur in Zitronen und nur in Orangen. Also de facto für den Normalbürger nur in Orangen, weil Zitronen isst man ja nicht so gerne, weil die so ein bisschen sauer sind. Da ist schon irgendwie was Wahres dran, aber trotzdem gibt es Gemüsesorten, in denen steckt viel mehr Vitamin C. Zum Beispiel auch die Brennnessel, die ganz ordinäre Brennnessel, die tonnenweise überall umsonst wächst, ist ein ganz wunderbares Gemüse. Nur natürlich kommt kein Mensch auf die Idee, jetzt selber Brennnesseln zu ernten. Das heißt schon, einige machen das, meine Frau und ich, wir machen das regelmäßig. Wir gehen mit einer großen Plastiktüte, so einer Mülltüte in den Wald. Und zwar da, wo wir wissen, ich habe vorher extra, wir wohnen ja im Ruhrgebiet, ich wohne in Bochum. Und das Ruhrgebiet ist ja verschrien dafür, dass hier die Landschaft ganz schrecklich ist, was natürlich früher vielleicht mal so war, aber jetzt schon seit 80 Jahren, seit 70 Jahren überhaupt nicht mehr so ist. Trotzdem mache ich mir tatsächlich die Mühe und gucke vorher bei den historischen Aufnahmen vom Ruhrgebiet. Es gibt da so vom RVR so eine Landkarte, wo man sich angucken kann, was früher, also ab 1927 haben die so Flugbilder und zeigen dir, was war früher an der Stelle. Das ist sehr interessant, weil manche großen Areale, wo heute irgendwie ein Park ist oder ein Einkaufszentrum, haben über die Jahrzehnte mehrfach komplett die Anmutung geändert. Und es ist zum Beispiel die Halde Hoheward, die größte Halde hier im Ruhrgebiet, die ich dachte immer, die gibt es schon seit 1850 oder so. Quatsch mit Soße, die gibt es erst seit den 1980er Jahren. Da hat vorher eine Siedlung gestanden, dann wurde die Siedlung weggemacht. Und dann hat man diese Halde aufgeschüttet und da ist sogar ein Eisenbahntunnel drin in dieser Halde, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt letztlich erst erfahren, bin da natürlich gleich mal durchgelaufen zu Fuß. Allerdings ist die auf der Südseite offen. Ich bin von der Südseite rein und auf der Nordseite ist sie dann zugemacht. Und dann stand ich da an der Nordseite und kam nicht weiter, aber egal. Also auf jeden Fall, man hat diese Eisenbahn erst mit einer Betonarmierung oder wie man das nennt, zugemacht. Und dann hat man die Halde drüber aufgeschüttet. Lustige Sache. Also ich mache mir die Mühe, bei den Luftbildern vom RVR zu gucken, dass da, wo ich meine Brennnesseln sammle, garantiert durch die gesamte Industrialisierung des Ruhrgebiets niemals irgendwas stand, irgendeine Industrie, vor allen Dingen keine Kokerei. Also Kokereien sind so schlecht. Das Lustige ist, da wo früher eine Kokerei stand, ist heute irgend so ein Wäldchen. Da gehen die Städte nicht dran, da machen sie nichts mit. Das ist so verseucht, da lässt man einfach Birken wachsen, Schwamm drüber. Und das sind die einzigen Stellen im Ruhrgebiet, wo man heute noch so richtig alte Industriereste findet. Aber ich schweife ab, aber ich bin Hobbyhistoriker. Gut, mit dem Vitamin C, mit dem Obst und mit allem. Fangen wir erstmal mit etwas an, was sowohl für Menschen mit Diabetes als auch für gesunde Menschen gilt. 30% der Deutschen, der Österreicher, der Schweizer, der Europäer, vertragen überhaupt kein Obst. Und da sagen die Menschen so Larifari, ja, ich habe eine Fruktoseintoleranz. Fruktoseintoleranz, so nennt sich das Fachwort. Fruktose ist der Fruchtzucker. Ich habe eine Fruktoseintoleranz. Ich bin intolerant. Da geht es schon los, das stimmt nicht wirklich. Wenn man wirklich intolerant ist gegen Fruktose, das ist eine ganz, ganz seltene Erkrankung. Die tritt nur bei einer Person von 50.000 Personen auf. Das nennt man hereditäre Intoleranz. Fruktoseintoleranz. Das heißt also, in Bochum, Bochum hat 300.000 Einwohner, denn wir sind richtige Bochumer. Bochumer zählen die Wattenscheider nicht dazu. Und zwar nicht, weil wir die Wattenscheider nicht mögen, sondern nur, weil die Wattenscheider sich selber nicht als Bochumer sehen. Bochum und Wattenscheid sind zwei komplett getrennte Städte und so soll das auch sein. Also Bochum hat nicht wirklich 370.000 Einwohner, sondern wir haben 300.000 Einwohner, weil 70.000 wohnen in Wattenscheid. Und in Wattenscheid gibt es dann eine Person mit so einer hereditären Intoleranz und in Bochum gibt es 300.000 durch 5, 6. Ich bin schlecht im Rechnen. Gibt es sechs Menschen. Also das ist ganz, ganz selten. Wenn ihr sagt, ich vertrage keine Früchte, dann habt ihr keine Intoleranz, dann habt ihr eine sogenannte Malabsorption. Das heißt, euer Darm kommt nicht so gut damit klar, wenn ihr viel Früchte esst. Aber wenn ihr sie dann gegessen habt und sie sind in eurem Bauch, dann kommen die ab da gut in euren Stoffwechsel. Bei dieser echten Intoleranz sieht es anders aus. Die können im Prinzip so viel essen, wie sie wollen, weil der Darm schafft das ganz locker. Aber sie können sie wirklich nicht verstoffwechseln. Und das gibt dann große Probleme. Aber diese ganz seltene Intoleranz, die tritt schon im Babyalter auf. Das merken die Mütter dann ganz schnell, wenn die Babys keinen Fruchtbrei vertragen. Gut, wenn man das dann hat, ist es nicht lustig. Also jetzt schon die Malabsorption. Ich rede jetzt von dem, was ein Drittel der Deutschen oder der Bevölkerung insgesamt hat. Wenn man diese Malabsorption hat, führt das zu Blähbauch, Durchfällen, Schmerzen. Schmerzen kann man relativ leicht testen. Man isst mal abends nicht so viel. Und am nächsten Morgen auch kein normales Frühstück, sondern trinkt nur ein Glas Apfelsaft. Und wenn du dann in den nächsten zwei Stunden ganz schrecklich aufs Klo musst, dann hast du Probleme mit einer Fruchtunverträglichkeit. Malabsorption. Ich selber habe das Glück, dass ich das nicht habe. Ich kann Unmengen an Früchten essen. Trotzdem muss ich als Diabetiker ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, Früchte enthalten Zucker. Und zwar nicht zu knapp. Früchte enthalten immer eine Mischung aus Glucose und Fruktose. Das sind zwei verschiedene Zuckerarten. Die heben beide den Blutzucker. Die Glucose braucht Insulin, um den Blutzucker wieder nach unten zu kriegen. Und die Fruktose braucht das nicht. Und deswegen gilt Fruktose nach alter Väter Sitte als für den Diabetiker geeignet. Das ist auch nicht ganz so richtig. Denn wenn man Unmengen an Fruktose isst, ist das einfach nicht gut für den Stoffwechsel des Diabetikers. Und der Blutzucker bleibt dann andauernd immer oben. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat die Industrie in der vergangenen Zeit natürlich deswegen Unmengen an Lebensmitteln hergestellt, die ganz viel mit Fruktose gesüßt waren. Und dann hat sie immer hemmungslos draufgeschrieben, hier, das sind Diabetiker geeignete Lebensmittel. Den Zahn hat man der Industrie Gott sei Dank gezogen. Dieser Passus der Diabetiker geeigneten Lebensmittel, den gibt es in der Form nicht mehr. Das war auch Quatsch. Und ja, die Sache mit der Fruktose und der Glucose in den Früchten. Es ist durchaus so, dass die Früchte eine komplett unterschiedliche Anmutung haben, was diesen Zuckergehalt angeht. Und auch der Quotient, der zwischen Glucose und Fruktose beherrscht. Zum Beispiel eine Weintraube ist ein ganz schlechtes Lebensmittel, wenn es darum geht, beim Diabetiker den Blutzucker unten zu halten. Die Weintraube enthält nämlich 7 Gramm Fruktose auf 100 Gramm und der Quotient zwischen Glucose und Fruktose ist 2,8. Dann ein Apfel, schon besser, enthält 5 Gramm Fruktose und hat auch einen Quotienten von 2,8. Dann die Banane hat 3 Gramm Fruktose und einen Quotienten von 1,0. Ganz weit vorne ist für mich die Erdbeere. Ich liebe die Erdbeeren oder Beeren generell. Die Erdbeere hat 2 Gramm Fruktose und einen Quotienten von 1,1. Und Spitzenreiter ist der Pfirsich. Der enthält 1 Gramm Fruktose und einen Quotienten von 1,0. Mit anderen Worten, die Weintraube ist so ziemlich das schlechteste Obst, was ihr als Menschen mit Diabetes zu euch nehmen könnt. Und die Pfirsiche und die Beeren, vor allen Dingen auch die Erdbeere im Sommer, ist mit das beste Lebensmittel an Obst, die beste Frucht, die beste Beere, das beste Obst, was ihr zu euch nehmen könnt. Und also, unterm Strich aus der Praxis, wie Diabetiker damit klarkommen, kann man sagen, okay sind Äpfel, Birnen, Beeren, Wassermelone, Wassermelone wohlgemerkt, nicht die anderen Melonen, Orangen, Zitronen, Pflaumen, Sauerkirschen, Kiwi, Pfirsich, Aprikosen und die Stachelbeere, die Oldschool-Stachelbeere. Meine Oma hatte immer einen Stachelbeerstrauch im Garten. Hat mir als Kind überhaupt nicht geschmeckt. Mittlerweile sehe ich das auch ganz anders. Und geht so, man sollte sich etwas zurückhalten, das sind die Exoten, kann man einfach mal so sagen. Die Exoten haben zu viel Zucker drin und treiben den Blutzucker in die Höhe. Ganz weit vorne ist die Ananas zum Beispiel auch. Die Ananas ist echt so eine Zuckerbombe. Also ein bisschen Maß halten müsst ihr bei Bananen, anderen Melonen außer der Wassermelone, Trauben, Süßkirschen, Ananas und Mango. Insgesamt kann man sagen, dass ihr über den Tag ein so eine Hand voll, einmal so die Hände voll Obst, also jetzt nicht mit Berg, nur so wie so eine kleine Müsli-Schale. So viel Obst kann man durchaus mal machen. Aber gönnt euch mal den Spaß und verzichtet mal eine Zeit lang auf Obst und messt mal euren Blutzucker. Der ist einfach besser, wenn ihr nicht so viel Obst esst. Dann noch eine Sache zum Saft, Fruchtsaft. Also da hat die Nahrungsmittelindustrie, die Saftindustrie ja nun wirklich ganze Arbeit geleistet. Heerscharen von Erziehenden, vor allen Dingen Müttern, sage ich jetzt mal einfach so, weil so sieht es in der Praxis leider aus. Heerscharen von Müttern denken, dass sie Orangensaft und auch noch Orangensaft plus Vitamin C-Zugabe hektoliterweise in ihre Kinder reinkippen können und dass das alles super ist. Das ist leider überhaupt nicht so. Erst recht nicht, wenn die Kinder älter werden und wenn sie dann Erwachsene sind und dann Diabetes bekommen haben. Fruchtsaft ist Gift für Diabetiker. Lasst Fruchtsaft einfach weg. Ich werde in einem späteren Video nochmal auf Getränke eingehen. Es gibt nur ein Lebensmittel, was ihr trinken wollt, wenn ihr Durst habt und das ist Wasser. Alles andere könnt ihr vergessen. Ihr braucht morgens beim Frühstück auch nicht das Glas Orangensaft. Das ist Quatsch. Das Problem ist beim Orangensaft erstens, da ist so unglaublich viel Saft und deswegen auch so unglaublich viel Zucker drin. Also ihr müsst noch nicht mal Fruchtsaft kaufen, in dem Zucker Zusatz ist. Das war ja früher gang und gäbe, dass der Saft nochmal gesüßt wurde. Nein, nein. Da reicht ganz normaler, ordentlich gepresster Saft, der wirklich aus anständigen Orangen kommt. Das reicht vollkommen aus, dass euer Zuckerhaushalt ruiniert wird. So ein Glas Fruchtzucker haut im Prinzip genauso euren Blutzucker nach oben, wie das ein Glas Limonade oder Cola tut. Und wenn ihr jetzt wirklich ganz, ganz viel davon trinkt, ach so, apropos habe ich vergessen, da sind auch keine Ballaststoffe mehr drin in dem Saft. Das ist das Hauptproblem auch noch. Wenn ihr eine Orange esst, dann habt ihr immer ganz viel, zum Beispiel diese weiße Haut auf der Orange, das kann man ja nicht alles ganz komplett wegmachen. Das sind Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass die Zuckerarten im Obst langsamer ins Blut gehen, weil sie im Bauch, im Magen langsamer, also im Darm langsamer verstoffwechselt werden. Und das ist, wenn man so will, eine Art Vollkorneffekt des Obstes, was so eingebaut ist. Der fällt weg, wenn ihr den Fruchtsaft pur trinkt, auch wenn der noch trübe ist, das spielt keine Rolle. Und deswegen haut der Fruchtsaft so unglaublich rein. Und am Ende des Tages kann sehr viel Fruktose, also dieser Fruchtzucker, der so eigentlich als gut gilt, den man ja sogar als Süßungsmittel im Bioladen kriegt, anstelle von Haushaltszucker, weil Haushaltszucker ist ja böse. Das weiß ja mittlerweile fast jeder, aber Fruchtzucker, das wissen sie noch nicht. Zu viel Fruchtzucker kann euch die Leber verfetten. Also auch gesunde Menschen, gesunde Menschen können eine Leberverfettung kriegen, wenn sie viel zu viel Fruktose nehmen. Und wie ihr euch schon denken könnt, steigert sich die Sache ins Unermessliche, sobald ihr rein industrielle Lebensmittel ins Spiel holt. Und da gibt es zum Beispiel, also die Industrie süßt halt gerne mit Fruktose. Und das muss man einfach komplett außen vor lassen. Also kauft nichts, kauft sowieso nichts von der Industrie. Und wenn schon was von der Industrie, dann kauft nichts, wo mehr als drei Zutaten aufgelistet sind. Und kauft nichts, wo irgendwas mit Fruktose, Ose, Glucose, Ose, also diese ganzen Zuckerendungen mit Ose hinten. Kauft das einfach nicht. Denn da ist viel zu viel davon drin, in einer puren, reinen Form, wie ihr das in der Natur nie finden werdet. Das macht euch als Diabetiker den Blutzucker kaputt. Und ansonsten kann das euch die Leber verfetten. Oh, mein Wecker klingelt. 15 Minuten sind um. Das ging ja wieder schnell. Habe ich denn irgendetwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ich arbeite auch zum allerersten Mal bei meinen Videos jetzt mit einem DIN A4 Zettel, auf dem ich mir ein paar Stiefworte aufgeschrieben habe. Ich bin also jetzt geradezu auch zur redaktioneller Arbeit gekommen, dank meiner Videos. Ja, liked mich, abonniert mich, tut alles das, was man tun muss, damit das hier im Internet weite Kreise schlägt. Denn ich möchte gerne, dass die zwei Millionen deutschen Diabetiker, die keine Ahnung haben, dass sie Diabetes haben und einfach so durch die Gegend laufen und denken, sie seien kerngesund, die werden nämlich in 20 Jahren ein ganz, ganz schlimmes Erwachen haben, weil sie dann nämlich Folgeschäden von ihrem Diabetes haben werden. Und deswegen mache ich hier diesen Kanal und mache mir hier die Mühe, diese Videos aufzunehmen, weil ich gerne möchte, dass diese Menschen, wenigstens ein paar davon, wissen, in welcher Gefahr sie sich befinden. Und ich möchte Ihnen gleichzeitig natürlich sagen, wie man locker von dem Diabetes-Problem wieder runterkommt. Denn ich bin das beste Beispiel Diabetes Typ 2, das muss ich jetzt hier nochmal ganz klar sagen, Diabetes ist so definiert, dass er wieder verschwinden kann. Diabetes Typ 2 kommt durch falsche Ernährung und Übergewicht, durch zu wenig Sport und zu viel Stress. Das sind die Faktoren, die zu Diabetes Typ 2 führen. Wenn du aus irgendwelchen anderen Gründen Diabetes hast, hast du nicht Typ 2. Habe ich nie gesagt, dass der verschwinden kann. Aber Diabetes Typ 2, davon laufen ungefähr 9 Millionen Menschen in Deutschland rum, die das haben. Das kann wieder verschwinden, einfach so, kostenlos, indem man seine Ernährung umstellt. Das habe ich geschafft. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Mein Diabetes ist verschwunden. Ich hatte ganz, ganz schlechte Diabetes-Werte. Jetzt sind die wieder super. Und das Beste ist, ich fühle mich besser, jetzt wo ich 30 Kilo dünner bin. Aber ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Da bleibt mir am Ende dieses schönen Videos nur noch Folgendes zu tun. Eine Erdbeere zu essen. Ein Traum.